Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft, genau. So, willkommen zurück zur Quimmy Villa Teil 2 natürlich. Jetzt geht's weiter und zwar heute habe ich ja mit euch vor, das Dach fertig zu bauen. Wir bauen noch ein paar Schornsteine, schlagen die Fenster schon mal frei und dann gucken wir mal, was wir noch denn so schaffen. Aber das ist erstmal unser Ziel heute in der Folge und dafür brauchen wir erstmal Blockmaterial, das holen wir uns hier einfach mal raus. Ich habe ein bisschen mehr dabei, als wir heute verwenden möchten vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob wir die ganzen Fenster schon reinsetzen, aber freischlangen tun wir heute, man sieht es ja schon so ein bisschen. Ja, trotz alledem holen wir uns ganz einfach mal Holzfalltüren raus, denn Fichtenholztreppe, dazu nochmal die Stufe davon, denn brauchen wir Glasblöcke. Welche du verwendest, ist ganz dir überlassen. Ich verwende heute einfach mal türkises Glas, man kann aber auch so hellblau nehmen. Ist immer so Geschmackssache, wenn man das immer so am besten findet. So, danach holen wir uns noch rote Sandsteintreppe raus und Sandsteinstufe, falls du natürlich das jetzt verwenden haben solltest für dein Dach. Ansonsten nimm natürlich die Farbe, die du für dein Dach brauchst. So, dann würde ich sagen, legen wir ganz einfach los. Am besten geht es dann erstmal, würde ich sagen, fangen wir mit dem Dach an. Das, was am größten hier offen ist. Ja, ganz einfach legen wir los. Und zwar fliegen wir jetzt erstmal zu der Pyramide, die wir jetzt hier haben. So, ich würde sagen, wir fliegen ganz oben hin, nehmen die Stufe zur Hand und setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Stufen hinten ran. Danach ziehen wir einfach mal alle Treppen auf die gleiche Länge einfach mal so nach hinten weg. So, haben wir das einmal nach hinten weggezogen sechsmal. Ist dir gerade aufgefallen, ich habe noch was anderes jetzt gemacht. Huh, was hat er jetzt gemacht? Und zwar ist schon mal die nächste Vorbereitung. Ich habe schon einmal jetzt hier auf der Seite gezogen, konnte es gleich so sehen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wir haben, ich würde mal sagen, jetzt einfach mal schlagen wir den dritten hier weg. Denn hier wieder die nächsten wegschlagen, wieder, wieder und wieder. Ja, auf der anderen Seite habe ich es auch so gemacht. So, das machen wir einmal den überschüssigen Teil hier mal kurz weg. Denn wir ziehen jetzt, sage ich mal, hier immer diese Treppen, die jetzt so einmal nach hinten überstehen, nochmal komplett bis zur anderen Seite. Denn die Dächer sollen sich ja miteinander verbinden. Und von daher müssen wir das Ganze natürlich hier so lang ziehen. Natürlich sollte man das Ganze auch treffen. Klappt immer hier, immer beim Vorzeigen. So, genau. So, einmal so rüber. Und das muss man dann natürlich hier immer wieder machen, bis man ganz oben angekommen ist. So, das ist natürlich ein bisschen hier viel Arbeit. Aber man kriegt es hin. So, schön verbinden. Dann kommt hier natürlich wieder die nächste Reihe. Und das zieht sich halt so hin, bis man oben angekommen ist. Das Ganze macht man nochmal an der anderen Seite. Und ich würde sagen, wir hören uns denn, wenn das Ganze fertig ist. So, haben wir das Dach fertig. Kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Also, wenn wir natürlich hier die Vorderseite haben. Auf der einen Seite habe ich es schon wieder einmal gemacht. Auf der anderen Seite machen wir das ganz einfach. Und zwar bei der letzten Schicht. Sag ich mal, wenn wir die so verbunden haben, können wir einfach auf der anderen Seite die Reihe aus so weiterziehen. So, das war es denn, wenn wir das Ganze haben, machen wir jetzt diese Seite weiter. Aber vorab, wir können, obwohl, nee. Ich glaube, das geht besser, wenn wir jetzt so einfach anfangen. Und zwar, wir fangen jetzt nicht oben an. Oder wäre oben besser? Hm, glaub nicht. Nee, wir machen unten. Wir fangen unten am besten an. Einfach jetzt hier auf der Mauer setzen wir einfach mal eine Treppe hin. Ich mache das mal kurz ein bisschen, wie so Abstand, dass man das, glaube ich, besser sieht. So, wir fangen an mit einer Treppe. Dann müssen wir eine Stufe so schräg darüber setzen. Danach müssen wir denn, muss ich so erstmal ein bisschen bauen, so wieder eine Treppe hinsetzen. Und dieses Spiel wiederholt sich halt dann immer. Hier ist schon Glück. So eine kleine Plattform kann ich nutzen. Ja, so machen wir das einfach. Wir fangen an auf der Mauer mit einer Treppe. Dann kommt Stufe, Treppe, Stufe, Treppe. Und so, das zieht sich halt jetzt halt immer so weiter und weiter. Nee, nach der Treppe kommt eine Stufe. Dann wieder Treppe. Und danach, du, 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 du. Ich muss ja mal gucken, wie ich mir das Ganze hier ein bisschen setze. So kommt denn Treppe, Treppe, Treppe. So müssen wir das Ganze denn erstmal uns hier so langziehen. Oder habe ich euch das jetzt falsch erklärt? Muss ich selber jetzt nochmal gucken. Aber nee, müsste richtig sein. So machen wir das erstmal. Ja, müssen wir einmal komplett langziehen. Hier die Seiten natürlich dann immer, sag ich mal, miteinander verbinden. Auch mit den Stufen ist kein Problem. Dann machen wir alle einfach so. Und dann, naja, einfach das ganze Dach halt so erstmal zuziehen. Komplett dann hier einmal rüber treffen. So. Und dann hier die Seite natürlich auch einmal ausfüllen. Ich mache das einfach per Zeitraffer. Ich glaube, dann sieht man, wie es meint. Ich glaube, dann sieht man, wie es mir drin ist. Okay, wenn man das ist, wäre es shit. Und jetzt kunst die Seite auch hier neu. Ich glaube, dann kann es mal ganz schön sein. So, bei mir ist das ganze Dach fertig. Ich hoffe, bei dir sieht das ganze auch in etwa so aus. Oder genauso, hoffe ich mal. Ja, wenn wir das ganze geschafft haben, müssen wir jetzt noch ein paar Schornstände setzen. Das ist natürlich die Frage, wo kommen die ganzen hin? Ich habe schon Glück mir das ganze markiert. Jetzt muss ich mal kurz, warte mal, ich bereite das kurz einmal vor. Aha, so, einmal vorbereitet. Ich glaube, das ist besser. Ja, so, ich habe das ganze mir ja schon markiert. Jetzt musst du natürlich noch die gleiche Stelle finden. Da ist natürlich die Frage, wo fängt man an, sich zu orientieren? Ich würde mal sagen, die Fenster haben wir noch nicht. Mal gucken, wie machen wir das? Wir suchen einfach mal die Mitte. Die Mitte haben wir hier oben. Das sage ich mal, wir fliegen hier wieder zu unserer Pyramide hin. Hier oben zur Spitze, wo die Stufen sind. Düt, 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 düt. Und dann gehen wir einfach mal, jetzt habe ich gar nicht, warte mal. Wir zählen einfach, hier haben wir eine Treppe, ne? Hier haben wir eine Treppe. Da gehen wir auch mal zur Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, bei der achten Treppe zur Seite weg, gehen wir denn eins, zwei, drei, vier Blöcke runter. Hier müsste dann eine Treppenschicht weiter sein. Wie diese Treppenschicht einmal kurz wegschlagen, nimmst du nochmal weißen Beton zur Hand, schlägst hier zwei rein. Hier wäre dann der neunte, ne? Zack, machst das hinten auch nochmal. Das heißt, dann hier einfach zwei Stufen weghauen. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Wir sehen nochmal. Dann können wir nochmal sicher gehen. Zur Seite weg, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Beim achten dann eins, zwei, drei, vier runter, ne? Das müsste dann hier vielleicht eine Treppenschicht sein. Beim achten weißen Block hin, hier nochmal. Beim neunten einen hin. Dann schlagen wir hinter die Stufen weg. Ne? Dann haben wir hier so eine vierer Schicht. So, jetzt müssen wir das natürlich alles noch hochziehen. Da ist dann die Frage, wie hoch hatten wir denn die anderen? Dann können wir so ein bisschen gucken. Ja, so. Das heißt, dann noch eins, zwei, drei, vier Blöcke rauf. Das müssen wir natürlich hier zweimal machen. Und schon sind die Schornsteine an sich hier auch erstmal fertig. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Du kannst die Schornsteine natürlich auch noch ein bisschen versetzen. Wenn du meinst, okay, der ist mir doch ein bisschen zu dicht an der Seite. Du kannst dann noch eine Blockschicht mehr nach innen gehen oder weiter nach außen. Da haben wir halt Spielraum. So, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, den habe ich einmal ein bisschen zu hoch gemacht. Machen wir nochmal ein bisschen niedriger. Vielleicht mache ich die auch noch höher. Naja, mal gucken. Aber ich lasse erst mal so. Ja, dann haben wir das Dach schon so gut wie fertig. Also jedenfalls oben sieht es schon mal gut aus. Jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Treppen zur Hand und haben eine Aufgabe. Und zwar, das Ganze noch ein bisschen überstehen lassen, das Dach. Denn so gefällt es mir noch nicht so richtig. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen überstehen lassen. Wir fangen an den Seiten erstmal am besten an. So, hier geht es los. Hier setzen wir eine Treppe einfach mal ein bisschen über. Hier das Ganze so weit ziehen, dass es allgemein übersteht einmal. Und dann hier das Dach an sich überall einmal so vorsitzen. Das zieht sich halt jetzt so ein bisschen lang, bis wir einmal rum sind. So, ich labere noch ein bisschen hier, bis wir hier zu dieser Senke kommen. Denn hier möchte ich dir auch noch was sagen. Und zwar hier setzt du natürlich nicht so einfach Treppen unten hin, sondern machst ganz einfach vor den Stufen noch eine weitere Stufenschicht hin. Zack, 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 zack. So machst du das Ganze. Ja, bis wir dann, sag ich mal, hier natürlich oben auch wieder angekommen sind. Huh, was hat er jetzt gemacht? Kaum ein Cut und schon ist mir irgendwas verändert. Ja, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, gerade beim Erklären. Und zwar, keinen großen. Das lässt sich ganz leicht beheben. Ich kann jetzt keine Angst kriegen. Und zwar, ganz einfach, jetzt diese Vorderseiten. Ich habe mich, glaube ich, da jetzt vertan. Und zwar, mir ist gerade eben schon aufgefallen, als wir jetzt hier das Ganze so ein bisschen rausgezogen haben. Also, alles überstehen lassen haben. Ist mir aufgefallen, ich habe, glaube ich, das hier falsch gemacht. Das heißt, ganz einfach, jetzt keinen Schreck kriegen. Du kannst natürlich das jetzt so lassen. Keine Frage. Aber wir wollen es natürlich noch mal kurz ändern. Ist jetzt kein großer Umbau, sondern ganz einfach, wir haben ja, sag ich mal, auch das Fundament an den Seiten Stufen gesetzt. Da hätten wir eigentlich Treppen hinsetzen sollen. Ups, mein Fehler. Aber wir machen da ganz einfach, also wir müssen jetzt nicht viel weghauen. Und zwar ganz einfach. Wir schlagen jetzt einfach mal diese Ecken hier weg, sollten sich die Treppen miteinander nicht verbinden. Dann setzt du hier einfach wieder eine Treppenschicht hin. Diese Treppen dann an den Seiten einfach weghauen. Und dann setzt du da wieder eine Treppenschicht hin. Also, wie gesagt, wir haben uns einfach nur um eine Treppenschicht vertan. Ist jetzt kein Problem. Wir müssen nicht so viel wegbauen, zum Glück. Und setzen einfach da wieder eine Schicht hin. Falls sie sich nicht verbinden sollten, schlägst du das hier weg. Andere Seite genauso. Guck, hier verbindet es sich nicht. Einfach weghauen diese Ecke und dann setzt du hier die nächste Schicht hin. Wenn es sich verbindet, plupp, diese Seiten weg. Okay, das zieht sich dann auch jetzt auch wieder so hin, bis wir oben angekommen sind. So. Nächster Schritt. Das war ganz einfach. Müssen wir hier auch erstmal wieder diese Ecken weghauen, falls sich das Ganze nicht verbindet. Danach setzen wir nicht dann eine weitere Schicht hin, sondern ganz einfach auf diese einen Treppenweil. Die musst du jetzt nicht weghauen. Da setzt du einfach eine Stufenschicht hin. Passt auch eigentlich jetzt hier übelst gut so Schießtüren ab. Und dann können wir das Ganze einmal hier so langziehen. Kleiner Fehler von mir, aber ich glaube, lässt sich leicht beheben. Wie gesagt, hast du jetzt auch gesehen, ging relativ fix. Andere Seite genauso. Einfach nur eine Treppenreihe auf das Fundament setzen und dann einfach mal wieder eine rauf, rauf, rauf. Und an den Seiten stehst du halt, dass das Ganze ineinander geht. Und dann solltest du aussehen. Ich finde, das sieht viel schöner aus. Kleiner Fehler, aber schon behoben. Okay, so kommen wir jetzt dann einfach zum nächsten Schritt. Und zwar haben wir das Dach an sich natürlich jetzt fertig. Und jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Fenster reinhauen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Seiten an. Weil ich finde die irgendwie leichter, weil wir hier nur vier Fenster haben und nicht so viele. Wir fangen unten bei unserem Schornstein einfach mal an. Die unterste Reihe ignorieren wir und beginnen ab der zweiten. Da lassen wir vom Schornstein eine Reihe Platz und schlagen dann eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Das Ganze auf eine Höhe von drei insgesamt. Andere Seite genau, synchron machen wir es auch nochmal. Den ersten Block in Ruhe lassen, den untersten in Ruhe lassen. Und dann einfach eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg hauen. Das Ganze auf eine Höhe von drei insgesamt hauen. Zack, und dann haben wir hier schon mal zwei Fenster drin. Gehen wir eine Ebene höher. Hier genau das gleiche Spiel. Wir lassen einfach die unterste Reihe in Ruhe. Die erste Reihe hier an der Seite auch. Und dann schlagen wir hier drei Blöcke weg. Auf eine zweier Höhe. Auf der anderen Seite auch nochmal drei wegschlagen. Auch hier eine zweier Höhe. Und dann haben wir dahinter vielleicht noch Fundament. Das schlagen wir einfach weg. Einfach durchhauen. So, andere Seite genau, das gleiche Spiel. Das Fundament hier einmal dahinter weghauen. Super. So, jetzt fliegen wir dann einfach mal auf diese Seite hier. Obwohl, nee, Quatsch. Wir wollten doch erst die Seiten machen. Sag mir das doch. Genau. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich dann auch erst mal das gleiche Spiel machen, damit wir das, jetzt sage ich mal, nicht so schnell vergessen. Machen wir das einfach mal. Auf der anderen Seite genau, das gleiche Spiel. Vom Schornchen aus erste Reihe in Ruhe lassen. Unterste und dann eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Und auf eine dreier Höhe. Eine andere Seite genau, das gleiche Spiel. Also ist eigentlich immer synchron. Bei der Vorder- und Rückseite sind so ein paar kleine Unterschiede dabei. So, hier oben dann auch nochmal, nee. Die vergessen dann hier auch das Fundament dahinter weghauen. Also eigentlich hier kann man sagen, diese Mitte, die schlagen wir komplett einmal frei, so dass ringsherum dann einfach ein weißer Rahmen ist. Jo. So, dann haben wir die Seiten fertig und kommen ganz einfach mal zur Vorderfront. Wir fangen natürlich an von links nach rechts, nee. So wie man liest. Hm, würde sagen, fangen wir von unten nach oben arbeiten mit uns. Und ja, so geht's los. Also wir fangen hier wieder an der Seite an, auf der linken Seite. Lassen an der Seite, also die unterste Blockschicht lassen wir immer in Ruhe, ne. Hier von der Seite an lassen wir einfach zwei Blöcke Platz. Und dann schlagen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Auf eine zweier Höhe insgesamt. Dann haben wir darüber noch so eine zweier Blockschicht. So, dann lassen wir wieder zwei Blöcke, also zwei Blöcke frei. Und schlagen dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke weg. Das Ganze machen wir auf eine Dreier Höhe. Sollten unten eine Blockschicht haben und oben, ja, sagen wir mal eine oder zwei. Wir haben ja hier sowieso ein kleines Dach darüber. So, danach haben wir hier noch zwei Blöcke und kommen ja dann, sage ich mal, hier, wo unser Eingang ist. Hier können wir die Mitte einmal suchen, ganz einfach von den Säulen aus, ne. Wir haben ja hier so fünf Blöcke, ne, hier ist unsere Mitte. Können wir dann, zack, einmal hier komplett wegschlagen. Das Ganze machen wir dann so auf eine Dreier Höhe und Dreier Breite. Und schon haben wir für unseren Eingang schon mal freigehauen. So, auf der anderen Seite geht es hier weiter. Eigentlich gleiches Spiel, wie wir angefangen haben. Ne, wir lassen erstmal hier zwei Blöcke frei. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ups, neun Blöcke. Einfach mal zur Seite weghauen. Das Ganze hier natürlich auch wieder auf eine Dreier Höhe. So, müssen wir natürlich hier alles einmal freihauen. So, in etwa. Und dann geht es hier weiter. Erstmal lassen wir zwei Blöcke wieder Platz. Und schlagen eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Sollten wir noch zwei haben. Und schlagen hier einfach noch eine zweite Reihe rauf. So. Genau, wenn wir das haben, geht es jetzt einmal höher. Und hier fangen wir auf der anderen Seite an. Die erste Reihe immer in Ruhe lassen. Von der Seite lassen wir zwei Blöcke wieder Platz. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke hier einmal wieder wegschlagen. Das Ganze hier natürlich auch wieder auf eine Dreier Höhe insgesamt. So, in etwa. Wenn wir das haben, lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Und dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weghauen. Auch hier wieder alles auf eine Dreier Höhe. Dann haben wir hier zwei Blöcke noch. Und kommen hier zum vorderen Teil. Hier, ich glaube, man sieht es schon gut. Machen wir wieder so wie so einen Rahmen, ne. Können wir einfach einmal die Mitte hier komplett wegkauen. Dahinter sollten wir noch ein Fundament haben. Das schlagen wir bitte auch noch einmal weg. So, kommen wir hier wieder zur Seite. Unten lassen wir immer in Ruhe, ne. Und von der Seite lassen wir auch zwei Blöcke erstmal wieder in Ruhe. Und schlagen dann hier eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Das Ganze hier auch wieder auf eine Dreier Höhe. So, dann lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Und dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke weghauen. Auch hier wieder alles auf eine Dreier Höhe. So, müssen wir alles freischlagen. Super. Okay, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt hoch zu unseren drei Pyramiden. Eigentlich immer das gleiche Spiel. Wir können uns hier ganz einfach mal von unserem Fenster hier unter ausrichten. Wir haben hier eine schöne Mitte. Neun ist das Ganze ja lang, ne. Finden wir hier gleich die Mitte. Und von der Mitte aus gehen wir einen so nach oben. Zack, boof. Machen hier so, sag ich mal, fünf Blöcke rauf. Also, fünf Blöcke schlagen wir hier so frei. Das Ganze dann natürlich auch wieder hier auf eine Dreier Höhe. Sollten dann jeweils zu den Seiten noch drei Blöcke haben, ne. Wo das Dach dann halt natürlich anfängt. Das machen wir jetzt hier jedes Mal. Wir können natürlich auch vom Dach ausgehen. Ganz einfach gesagt, eins, zwei, drei. Beim vierten schlagen wir dann hier fünf weg, ne. Und dann sollten hier auch nochmal drei sein. Die Fenster kommen immer auf eine Dreier Höhe. Und dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Pyramide hier angekommen. Auch hier wieder drauf achten, ne. Drei Blöcke an der Seite. Fünf Blöcke wegschlagen. Kontrollieren haben wir hier noch drei Blöcke. Dann können wir hier das Ganze auch drei Blöcke insgesamt alles hier freischlagen. So, dann haben wir die Vorderseite schon mal freigeschlagen. Kommen wir jetzt einmal zur Rückseite. So, wir fangen natürlich erstmal wieder unten an, ne. Und arbeiten uns so langsam hoch. Wanderseite hier, ne. Wie immer lassen wir die unterste Reihe in Ruhe. Wanderseiten lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Und schlagen eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hier einfach mal frei. Auch wieder auf eine Zweier Höhe. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke hier an sich Platz. Und dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke wieder langschlagen, ne. Und dann auch hier wieder alles auf eine Dreier Höhe. Haben wir auch das geschafft. Geht's weiter. Jetzt kommen wir ja, sag ich mal, hin zu unserer Terrasse hin. Da lassen wir einfach wieder zwei Blöcke Platz. Schlagen dann zwei Blöcke an sich weg. Ne. Und das Ganze auf eine Dreier Höhe. Dann lassen wir einen Block Platz. Und schlagen hier drei Blöcke weg. Das Ganze auch hier wieder auf eine Dreier Höhe. Dann wieder einen Block Platz lassen. Und zwei Blöcke weg. Auch hier wieder auf eine Dreier Höhe. Dann wieder zwei Blöcke Platz lassen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke weghauen. Und auch hier, du weißt es, auf eine Dreier Höhe. Puh, jetzt kommen wir schon zum letzten Fenster unten. Auch hier wieder zwei Blöcke Platz lassen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke wegschlagen. Und hier dann auf eine Zweier Höhe. Jo, wenn wir das geschafft haben, geht's einen Stockwerk höher. Und wir gehen wieder von der Seite aus. Ne, da lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke weg. Und Dreier Höhe. So, geht's weiter. Lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Und schlagen hier eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Und auch hier Dreier Höhe. So, kommen wir jetzt hier zu diesem vorderen Teil. Eigentlich genauso wie auf der Vorderseite, ne. Wir lassen hier einfach so einen Rahmen. Die Mitte können wir einmal weghauen. Das sind natürlich zwei Blockschichten. Und dann dahinter natürlich das Fundament auch nochmal weghauen. Haben wir das denn geschafft, geht's hier auf der anderen Seite weiter. Gleiches Spiel, wie wir es jetzt da hatten. Sind auch eigentlich, glaube ich, die gleiche Abmaße wie vorne. Von daher halt einfach hier zwei Blöcke, ne. Platz lassen. Dann schlagen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Dreier Höhe, ne. Nicht vergessen. Und dann wieder zwei Blöcke Platz lassen. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke weghauen. Auch hier immer noch eine Dreier Höhe. Okay, wenn wir das haben, geht's wieder ein Stockwerk höher. Und zwar oben bei unseren zwei Pyramiden auf der Rückseite. Hier wieder einfach mal darauf achten. Haben wir an der Seite drei Blöcke. Dann schlagen wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf weg. Ne, das Fenster auf eine Dreier Höhe machen. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Gleiches Spiel. Drei Blöcke an den Seiten Platz lassen. Und dann hier einfach mal weghauen. Zack, 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 zack. So, optimal. Okay, wenn wir das Ganze haben, geht's weiter. Und zwar erstmal mit den roten Sandsteintreppen. Ja, wir fliegen jetzt einfach mal zu den Fenstern hin, die wir nur auf eine Zweier Höhe haben. Und zwar auch nur unten die. Die oberen, die interessieren uns erstmal nicht. Bei diesen unteren haben wir insgesamt vier dieser Fenster. Hier schlagen, oder setzen wir eher rote Sandsteintreppen hin und lassen an den Seiten, wo das Fenster denn so endet, die Treppen anecken. So, das Ganze müssen wir noch dreimal machen. Super. Fast es denn einmal geschafft, diese kleinen Vordächer zu ziehen, geht's nun weiter und zwar ganz einfach mal mit unseren Glasblöcken. Denn das ist jetzt unsere letzte Aufgabe. Das machen wir noch. Und dann geht's dann weiter im dritten Teil. Ja, jo, mit den Glasblöcken setzen wir die jetzt erstmal hier hin, wo wir gerade diese kleinen Vordächer gemacht haben. Und zwar überall, wo wir die Vordächer haben, können wir die Glasblöcke einfach mal in das Fundament reinsetzen. Das machen wir noch dreimal, ne, so wie wir die Vordächer halt gemacht haben. So, auf der Rückseite stehe ich nun. Wir haben jetzt diese Glasblöcke bei diesen kleinen Vordächern reingesetzt. Die nächste Aufgabe ist ganz einfach, mit den Glasblöcken. Das ist jetzt so eine kleine Fummelei. Machen wir ganz einfach mal. Das ist so eine kleine Vorarbeit auch wieder für den nächsten Teil. Und zwar setzen wir die Glasblöcke einen Block nach hinten versetzt. Also nicht ins Fundament rein, sondern einfach mal einen so nach hinten. Bei allen anderen Fenstern, außer bei unseren Eingängen. Das wäre zum Beispiel einmal den hier. Ich setze da einfach mal jetzt einfach eine Sandschnittschufe hin als Markierung. Und hier. Bei diesen zwei braucht ihr erstmal nichts reinsetzen von Glasblöcken. Da nicht. Aber bei allen anderen Öffnungen, wie jetzt hier bei unserem Gebäude, kannst du einfach mal dir die Glasblöcke schnappen und sie einmal so nach hinten versetzt reinsetzen. Ich mache hier gleich einen kurzen Cut rein, damit du dir das Ganze dann nochmal ansehen kannst, wie das Ganze aussieht, wenn die ganzen Glasblöcke einmal nach hinten versetzt sind. Schwuppdiwupp ist bei mir das Ganze fertig. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das Video angehalten hat oder diese eine Sekunde sich jetzt noch anguckt. Denn bei den Fenstern, ich weiß nicht, ob du dir das auch schon gezogen hast, aber ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir, sage ich mal, ein paar Fenster haben, wo du das Fundament hinten weggehauen hast? Ja. Na denn, kannst du da natürlich auch die Blöcke reinsetzen. Da musst du natürlich nicht die Blöcke nochmal einmal weiter nach hinten setzen, weil ist ja so an sich ja einmal nach hinten weiter reingesetzt. Von daher kannst du sie aufs Fundament setzen. Das wollte ich nur sagen. Aber nur bei denen, wo wir dahinter auch das Fundament weggehauen haben. Kannst du hier einfach die Glasblöcke so einmal reinsetzen. Jo. Und dann sind wir fertig für die heutige Folge. Wir haben hier viel geschafft. Da sind schon mal die Fenster ein bisschen drin. Im dritten Teil, den du natürlich in der Videobeschreibung findest, machen wir die Fenster an sich fertig. Die werden dann noch ein bisschen optisch verschönert. Und ein bisschen Grünfläche kommt ran. Das heißt, wir machen ein paar Büsche vorne ran. So halt diese Dekoration, die noch ein bisschen rum muss. Wie natürlich die Türen werden noch gebaut. Und für die neue Version habe ich dann eine eigene Version. Und für die alte Version habe ich eine eigene Version. Wie die Tür aussehen kann und funktionieren kann. Ja. Sei gespannt auf den nächsten Part. Ansonsten stelle ich mich hier hin. Obwohl, warte noch. Ich glaube, im nächsten Part wird auch der Weg fertig sein. Den muss ich, glaube ich, dann schon fertig ziehen. Mal gucken, wie ich das mache. Aber wir haben ja so an sich das Haus jetzt hier so stehen. Da kann man so ein bisschen gucken, wie das Ganze so wirkt. Wie weit man die Mauer weghauen muss. Naja, gucken wir mal. So. Aber als im nächsten Part. Das heißt, denn hier stelle ich mich erstmal hin. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also dann haut's rein. Und jo. Tschüss.